Ein Stümmelchen, Finger. Oh nein! Jaja, komm, jetzt quatsch nicht, ich hau jetzt einfach ab, ich hab keinen Bock zu kämpfen. Scheiße, waren auf einmal zu viele. Ich hätt's ja gerne durchgezogen, indem ich nicht mehr sterbe, aber shit happens. Riley, ich muss zum Flugfeld, sofort! Wo bleibt denn dieser Flammenwerfer-Maschinengewehr-Typ? Oh shit! Oh shit! Sie ist ein Freundchen und die endlich auf! Bitte, bitte, bitte! Nochmal heilen. Und... Auto nehmen. So, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Oha! Hallo? Wo bist du und die bringen sie alle weg? Ich weiß nicht, wo hin und wir brauchen dich! Was? Ich kann dich nicht hören! Lichte hier so schnell du kannst! So ein Scheiß! Da ist es ja schon! Sei da, Riley! Ja, ja, bitte, bitte sei da! Scheiße! Das brauche ich jetzt echt nicht! Scheiße! Komm, 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 heil dich bitte, bitte, bitte! Hey, wo ist Riley Brody, wo ist der? Beide! Ich muss in einem dieser Gebäude sein! Das war's für heute. Das ist doch kein Gegner für mich! Ja, komm! Geh mit dem Gegner! Du bist tot, Deiner! Geh mit dem Gegner! Scheiße! Fuck! Was ist das denn für ein Scheiß, ey? Was sollt um, neu gruppiert! Verküße den Verschlus, verrätsam! Der Mutab! Er hat heute geführt und lasst ihn nicht entkommen! Verschwunden? Oh oh. Ich soll ja Munition nehmen. Ja, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Ich rede gerade nicht so viel, weil ich ein bisschen angespannt bin. Weil ich es doch schon... Einige Gegner sind, die hinter mir her sind. Hey, wo ist Riley Browdy? Wo ist der? Der Kerl hat heute ermordet! Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Das war knapp. Wo ist das? Ich sterbe mich! Ich sterbe mich! Ich sterbe mich! Ich sterbe mich! Oh oh. nur glück er darf den gefangenen nicht erreichen wir sind ihr haus noch überlegen ja den habe ich doch gerade schon gehört so in dem haus bist du so verboten ja hier ja da ich bin da ich hab's nicht mehr geglaubt wir müssen hier verschwinden ich dachte ich würde dich nie wohin gehe ich jetzt zum Hubschrauber kannst du ein Heli fliegen du hast doch einen Flugschein ja aber für Flugzeuge ja dann musst du schnell lernen was oh scheiße ja 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 da ist noch einer so los geh Oh mein Gott, wir werden sterben, Mann. Das war's jetzt. Wir sterben. Flieg weiter. Okay, okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Benutze die Macht. Dann gewinnt du mal versuchen. Komm. Ja, wir sind weg, würde ich sagen. Jetzt hilft Alras auch nicht mehr. Ich glaub, so langsam schnall ich. Alles okay? Euer Schlagschiff hab ich verschenkt. Du bist voll krass, Mann. Ich sind auf den Dächern. Wer? Ja. So, sind alle weg, glaub ich, ne? So, eben heilen, Furt. So, weg. Weg. Ich würd' sagen, sieht gut aus, ne? Wo denn? Wo denn? Du bist voll krass, Mann. Jetzt übertreiben sie aber hier, ne? Oh, der Heli pfeift aus dem letzten Loch. Kein Leben mehr. Und ich hoffe, dass wir jetzt entkommen konnten. Ich hoffe mal, dass Riley ein wenig fliegen kann. Oh, nein. Nein, 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 nein. Sie haben Helis. Du machst das super. Weiter schauf. Ja, toll. Wieso geht der Heli da nicht kaputt? Oh, Mann. So. Du machst das wie ein Profi. Weg. Ja, liegt wohl an den Gehen. Weiter in diese Richtung. Die anderen warten auf uns. Okay. Alles klar, ich kenn das. Ja, ja. Okay. Oh, das ist so cool. Ich hab's geschafft. Oh. Boah, war das ein Akt hier. War das ein Akt? Oh, da ist der Junkie wieder. Jason. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel. Tempel? Sitra? Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. So, 6 Sitra, die Olle jetzt wieder. Wir müssen los, jetzt! Sehe ich Sitra wieder? Schwere Entscheidungen. Erstmal 4 Fähigkeitspunkte. Äh, Bumschütze. Pfennigfuchser. Tod von unten. Und doppelter Tod von oben. Mein Tattoo? Fast fertig. Verflucht! Wo sind denn die alle hin? Sitra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Och. Ich will es mit ihnen. Ich stehe wieder unter Drogen. Sieh dich an. Groß. Stark. Mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nun bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich lieben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Sitra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann... Gehöre ich dir? Ui, 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 ui. Sitra. Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rankiers bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen. Sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger. Du bekommst das letzte Tattoo. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du bist ein Vielfalt gegen all diesen Tattoos auf deinem Arm. Ich nehme es in ihr Kissen. Oha. Ich bin dein. Wie wir alle. Diese Insel gehört... Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles ausprobieren. Vollende den Pfad. Sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klingel. Hier ist deine Klingel. Oha. Zitran schließen Freunde retten. Kaltblütig. Der perfekte Krieger besetzt nun die Stelle des Weichlings Vaas. Shinta und Tukana Anakami. Möge sein Geist befreit werden für die Zukunft unseres Volkes. Es ist getan. Halt mich. Du bist Perfektion. Die Krönung deiner Art. Und unser Kind wird Herrscher der Rakyat. Shinta und Tukana Anakami. Kämpfe gegen die Dunkelheit. Du bist ein Krieger. Stirb als Krieger. Krass. Du siegst.